Mami, 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 hier ist der Awesome Dude. Yo. So, wir haben heute den 4.5.2013. Wir haben 2012 überlebt, kein Problem. Nein, wir haben den 4.5.2012. Weil ich mich gerade nicht bewegen kann, check ich eben mal kurz die Truhe hier ab. Ich glaube Sekunde, weil wir haben da so ein bisschen was zu tun noch. Und zwar wollten wir an dem Schafsgehege noch ein kleines bisschen weiter bauen. Und dann habe ich mir auch schon überlegt, was wir da als nächstes machen. Wir lassen das dieses Mal alles ein bisschen ruhiger angehen, denn wir haben ja die Zeit, dieses Mal hier die Aufnahme richtig schön zu machen. Nicht so ein Zappelkram wie letztes Mal, das war ja unfassbar. Wieso habe ich das Eisen eigentlich nicht rausgenommen? Ich weiß es nicht genau. Dann machen wir das eben jetzt einmal. So, ich habe heute vor, auf jeden Fall die as usual üblichen 45 Minuten aufzunehmen. Das ist zumindest der Plan. Ich hoffe, dass das Spiel das mitmacht und die Aufnahme natürlich jetzt auch. Und dass mir da quasi nichts dazwischen funkt irgendwie. Ich weiß zwar noch nicht so ganz, ob das dann eventuell nicht doch passiert, wie das häufiger mal der Fall ist. Aber bisher sieht das eigentlich ganz gut aus. So, Gläser brauchen wir hier auf jeden Fall auch noch. Das heißt, wir brauchen etwas Sand, beziehungsweise zumindest Gläser. Ich weiß nicht, ob wir noch welche in unserer tollen Inselbude da drüben hatten. Da müssen wir da auch nochmal gucken. Und ich glaube, wir werden uns hier mal irgendwie eine Art Weg hinbauen. Ich muss nur mal gerade gucken. Moment. So. Wie machen wir das denn am besten? Ich glaube fast, oder? Ich mache da mal ein bisschen was und ihr guckt dann kurz zu, würde ich sagen. Da müssen wir eben rein. Komm mal rein, ja. Das hier wollte ich übrigens noch umbauen. Das habe ich nämlich gesehen. Wenn man hier so kommt, ist die Chance, dass man hier außersehen auf die Treppen halt raufläuft, da doch recht groß. Und das fand ich nicht so schön. Von daher baue ich das eben mal um. Und zwar auf die genau gegenüberliegende Seite. Zack. Und zack. Und dann kann man nämlich hier so. Und dann ist das nicht ganz so gefährlich. So, hier haben wir nur das und da haben wir das. Und wie gesagt, hier brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Glas, damit wir auch rauskommen können. So, jetzt fällt man hier runter. Ist nicht so wirklich schön. Müssen wir dann auch mal berichtigen. Haben wir dann noch ein paar? Ja, haben wir noch. Awesome. Die bauen wir da oben hoch. Gott, was mache ich hier? Jump and run. Ja, sehr gut. Ähm, so. Und dann auf der anderen Seite quasi wieder runter. Ich werde eben mal Sekunde Musik anmachen hier. Yeah. Funky Funk. Jetzt müssen wir nochmal gucken, wie wir das am besten machen. Ich würde sagen, auf jeden Fall so wie auf der anderen Seite auch. Stimmt das denn überhaupt? Oder, achso, die, die lasse ich mal weg. Dann können wir hier nämlich nochmal gucken, ob wir da eventuell uns irgendwas, was schnickes einfallen lassen können noch. Ich hatte in der Folge von gestern geschrieben, ich hätte das Dach fertig gehabt. Äh, damit meinte ich hier dieses Unterdach sozusagen. Also diese, die Half-Steps hier. Äh, nicht dass da jemand denkt, ich hätte das komplett fertig gemacht, weil das, äh, ist in einer Folge theoretisch nicht machbar. Mir wurde auch schon mitgeteilt, äh, dass das aus gesundheitlichen Gründen ungesund ist, äh, einfach immer so von hohen Abhängen drunter zu springen. Ähm, dass es nicht so schön aussieht, wenn ich hier Stein habe, also Stein, Stein-Dach. Äh, aber, ja, ich mach das erstmal so und, ähm, wenn mir das am Ende nicht gefällt, dann kann ich das einfach noch umbauen. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wie machen wir das denn hier? Da hab ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Mensch! Verflucht! Ähm, ich würde hier ungern irgendwie einen Balkon oder sowas hinbauen, weil hier gibt's ja eigentlich nichts zu gucken. Denk ich mir so. Von daher bin ich mal eigentlich fast dafür, dass wir das hier so rumfließen lassen. Aber, dann müssen wir das so machen. So. Hier machen wir dann wieder anders. Und dann hier, äh, müssen wir dann, ich glaub hier. Und natürlich noch eigentlich dann ein Meer, weil... Überlappend. Und hier ist das dann... Äh... Ah, nee, der hätte... Der hätte gedurft. Und... ... Bam 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 Wir kommen hier nicht raus. Gar nicht mehr. Wir sind gefangen. Verflucht was mach ich nun? Verflucht. Ich komm nicht mehr raus. So. Den hauen wir auch raus. Boah. Dreimal runtergefallen. Fast hier. Äh. Zack. Und hier dann ein ganzer. Haben wir sogar noch 5 dabei? Zipp. Zimmel die Zipp. Und zipp. Ja. Sehr gut. Genau. Darauf wollte ich ihn hinhaben. Und da. Ja. Das geht doch. Das sieht ja fast schon gut aus. So. Dann kommen wir auch mal rum. Warum auch immer wir das tun sollten. Aber ist auch egal. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar Steine. Nein. Lass nicht einfach mal auf. Erstmal. So. Ich weiß gar nicht. Haben wir in irgendeiner Bude noch ein paar Steine gehabt? Ich guck mal. Hier haben wir noch so ein paar. Die nehmen wir mit. Zwei Steine normal. Die lassen wir mal hier würde ich sagen. Boah. Terror. Wow. Alarm 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 ding dong. Und ich laufe über meine Brücke bei ex-schuladener Musik. Yeah. Und es ruckelt manchmal. Ganz schön. Bisschen. Bam 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 bam. Und das Feld wächst. Ja. Awesome. Gleich mal ab. Abmähen hier alles. Ich brauche nicht mehr gehen. Habe ich mir sagen lassen. Aber das macht die Gewohnheit. Es tut mir leid. Ich bitte es euch spreche. holzfeldhacke genau das wort habe ich gesucht mir war es entfallen und dann können wir hier einmal noch mal so machen und die nehmen auch noch mit da haben wir was zu knuspern jetzt hier demnächst ordentlich brauchen wir uns keine gedanken mehr darum machen dass wir hier irgendwie verhungern oder sowas das legen wir ab da können wir haben ein paar brüche vom baggie sammeln erde sand und die höhe legen wir ab steine wollte ich gucken aber noch steine normale steine brauche ich noch holz nein aber ich hätte gern noch ein bisschen gravel mitgenommen haben wir da noch was haben am statt ich glaube kies haben wir in einer anderen in einer anderen butze dann joggen wir da mal hin ja heute ist freitag und freitag ist immer ende der woche wie jeder weiß also zumindest halt für die leute die arbeiten müssen weil die haben ein wochenende für die anderen die haben dann dafür bestimmt wann anders frei meine frage jetzt an euch was macht ihr heute abend noch also in die folge kommt ja bestimmt noch wie spät haben wir das jetzt gerade 17 11 ist es auf meiner uhr ich vermute mal dass die folge realistisch würde ich mal sagen gegen ich spiele jetzt noch ungefähr eine halbe stunde so rummelig rummelig dann okay rendern erste folge also ich würde mal sagen so was würde ich denn sagen so 18 uhr 40 um und bei kommt die bestimmt raus haben wir ja noch jetzt haben wir natürlich nicht alter haben wir dann überhaupt noch was hier am start oder muss ich erstmal wieder total nach hause gehen ich weiß es nicht wie dunkel hier nur mal schnell können wir hier gerade mal eben kurz schon mal die kanzlei machen so und jetzt kommen wir hier noch rein dann ja so ich dachte wo kommt der der block daher na du fühlst dich bisher leider nur kann mir irgendwas noch mit glas machen ich glaube nicht ich habe heute kein glas für dich das glas tun wir erstmal hier rein dann haben wir uns hier und dann brauchen auf jeden fall gleich noch ein paar steine ich weiß nicht mache ich das jetzt eben noch ich glaube lieber nicht ich glaube ich liebe erstmal eine runde abknacken machen wir das mal hier mir wurde auch empfohlen hier einfach einen durchgang zu machen ich glaube dass das ist eine durchaus sehr brauchbare idee das einzige was mir da nicht so gut gefällt ist dass wenn wir dann nicht schlafen gehen eigentlich immer damit rechnen müssen bis sie nachts irgendwo mal ein brecher kommen aber da wir hier sowieso einsam auf eine insel sind mit tausenden zombies ist die chance dass das passiert wohl doch eher relativ gering dann gehen wir mal wieder ein bisschen den niemand besuchen hier da war schon so lange nicht mehr wo wurde werden dieses mal ich würde sagen ach ja da habe ich wieder den richtigen riecher gehabt hier den richtigen gold riecher ist ja gar kein gold den richtigen eisenriecher die riecher aus eigen wie viel brauchen wir denn da eigentlich ordentlich ja ne wo war ich hängen geblieben ja heute folge von heute was macht ihr heute abend noch habt ihr irgendwas geplant so geht ihr weg oder wie alt seid ihr überhaupt so das würde mich auch mal passiert ein bisschen weil bei den statistiken sehe ich immer nur wer meine videos geguckt ob männlich oder weiblich ich habe zurzeit zehn prozent weiblich und 90 prozent männlich und also besucher und da steht aber nicht wie alt die sind und deswegen meine frage halt wie alt seid ihr und wenn ihr schon alt genug seid allein nachts auf die straße zu gehen macht ihr heute noch was und wenn ja was und ich glaube hier ja meine frage dann genau wenn ja was was macht ihr dann geht ihr abrotten oder oder macht ihr gar nichts seid ihr über nerds oder also nichts gegen nerds ich bin da gerade nicht so gegen nerds also sind teilweise lustige leute ich bin auch ein halber nerd zeitlang war ich mal richtig extrem nerd nerdy nerd heißt ich habe auch mal überwege gespielt und das nicht so knapp ja aber genug von mir meine frage wie gesagt macht ihr euch noch irgendwas oder spart ihr euch das alles für morgen auf oder sagt ihr ne ich muss ja noch arbeiten ich kann gar nicht weggehen oder meidet ihr die menschheit sowieso weiß man ja alles nicht kann man ja alles in betracht ziehen und die reihe auch weil wir brauchen ja sowieso hier wir machen das ja des steines wegen und nicht so wie viel haben wir denn jetzt gesammelt hier ja okay ich bin dafür dass wir noch ein reines ich könnte sich auch sein lassen und sagen gut dann mache ich das das nächste mal aber das ding ist ja wir wollen ja hier fertig werden und ob ich das jetzt mache oder vielleicht in der nächsten folge wobei ich in der nächsten folge mir gut vorstellen kann dass ich sowieso noch mal hier runter gehe weil das bestimmt irgendwo wieder nicht reicht was gewohnt ist hier unfassbar war so dass ich mal da ach das ist schon wieder so richtig schön musik gefällt mir mal gut so was ist mal nicht so aggressiv ich kann schon laufen für mich aggressiv dalie noch haben